Minuten, ehrlich. In der Mitte bitte auch umgeguckt. Ovo, magst du einen Satz sagen bitte zu mir? Ja, schönes Mikro hast du. Ja, genau. Guter Zweck, gerne gekommen. Ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn es jetzt anfängt zu regnen, ich glaube, es wird ein ganz toller Nachmittag. Wir wollen viel Spaß haben für einen guten Zweck und danach geht es ja auch noch ein bisschen weiter. Ich bin gerne da und bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte. Und du bist wieder mal in deiner Heimat, das kann man ja auch sagen. Genau, das ist immer wieder eine gern gesehene Ablenkung. Und irgendwann wird es ja dann auch mal häufiger der Fall sein. Aber ich freue mich jetzt um jede Gelegenheit, die ich nach Hamburg kommen kann. Was heißt häufiger? Willst du zurück nach Hamburg kommen? Ja, wenn definitiv mit Fußball Feierabend ist, dann komme ich mit der Familie definitiv nach Hamburg, weil wir das so als unsere Heimat ansehen und dann auch hier leben wollen. Erst am Abend hattet ihr schon ein wenig eine kleine Feier mit Thorsten Frings. Wie war das? Oder erwartest du dich heute noch mehr? Ja, noch mehr weiß ich nicht. Es war ja auch ein wirklich sehr, sehr schöner Rahmen. Es war toll organisiert, war ein ausverkauftes Haus in Bremen, super Stimmung. War für Thorsten eine schöne Sache und wir hatten alle Spaß. Und heute ist ein anderer Anlass. Ich denke, es wird ähnlich gut. Und wir wollen genauso viel Spaß haben und dann passt es. Alles klar, alles Gute.